Ja, ich bin jetzt hier mitten auf dem Teich. Heute Morgen um 8 Uhr sind wir Helgoland los. Jetzt bin ich gerade Fahrwassermittentonne E3. Die großen Cruiser kreuzen jetzt von links und rechts aus der Helve und aus der Jade kommt oder einlaufen. Ich habe jetzt Kurs auf Wangerooke angelegt. Dauert noch eine Weile. Da wird irgendwo gegen 15 Uhr 20 vor 3 Hochwasser sein. Bis dahin will ich durchs Gat durch. Der Wind schläft langsam ein. Aber noch ist es sehr angenehm. Einlaufender Strom ist auf. Oh Mann, was für eine Quasselstrippe. Wer ist das und was will der? YouTube hat mir gerade dieses Video vorgeschlagen und ich weiß überhaupt nicht worum es geht. Vielleicht mal ein bisschen Kontext. Also okay. Ich heiße Erwin. Erwin Lindemann. Und der Papst und meine Tochter eröffnen eine Herrenboutique. Aus! 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 Falscher Text. So nun aber ernsthaft. Ich bin ein Ostseesegler, der die Nordsee erkunden wollte. Ende Juli bin ich mit meinem Schiff von Neustadt in der Jüpiker Bucht, vom Fehmarnrum durch den Nordostseekanal in die Eider getuckert und von dort über das Eidersperrwerk nach Helgoland gesegelt. Ja und von Helgoland mache ich mich nur auf zu den ostfriesischen Inseln. Und wenn du das alles noch nicht wissen solltest, dann hat YouTube dir den vierten Teil meines Segelberichts vorgeschlagen und du solltest unbedingt noch Teil eins, zwei und drei dir anschauen, um alles zu verstehen. Abends gegen zehn war ich mit meiner Schwägerin Hilde auf Helgoland angekommen. Der Hafen war ziemlich überfüllt und wir lagen im Sechser und Siebener Päckchen. Nachts gegen drei sollte Starkwind mit Sieben vor aufs Süd kommen. Und da wir im Südhafen lagen, hatten wir eine entsprechend unruhige Nacht. Auch haben wir noch einen Fender verloren, einige sind sogar geplatzt. Naja, es war richtiges Toberwogu. Überhaupt herrschte irgendwie eine unfreundliche und gereizte Stimmung dort im Südhafen. Das war nicht so ganz meins. Aber egal, wir wollten uns einen Tag lang einwehen lassen und die Insel anschauen. Komm einfach mit. Architektonisch hat die Insel nicht viel zu bieten, da die meiste Bausubstanz im Zweiten Weltkrieg den britischen Bomben zum Opfer fiel. Und was dann noch übrig blieb, bekamen den Rest bei der Sprengung der Bunkeranlagen nach dem Ende des Krieges. Vom Oberland aus hat man einen herrlichen Ausblick über die gesamte Insel. Und schaut man sich diese riesige Hafenanlage an, dann wird klar, warum Helgoland bombardiert wurde. Es war schon zu allen Zeiten eine Festung mitten in der Nordsee. Helgoland ist ungefähr 50 Kilometer vom Festland entfernt und bietet einen sicheren Zufluchtshafen, wenn witterungsbedingt die Nordseehefen nicht angelaufen werden können. Markant sind die 50 Meter hohen roten Felsen, die von zahlreichen Vögeln als Nistplätze genutzt werden. Besonders während des Vogelzugs im Frühling und Herbst nutzen Scharen von Zugvögeln die Inseln als Rastplatz. Bekannt ist sicherlich der Lummerfelsen. Dicht gedrängt brüten hier auf dem Felsen zahlreiche Vögel wie die Trottellumme, die Silbermöwe oder der Bastölpel. So schön der Anblick auch ist, es ist hier nix für feine Nasen. Nicht nur akustisch handelt es sich um eine Kakophonie, sondern trotz des heftigen Windes gibt es hier eine ordentliche Geruchsbelästigung. Von hier aus ist er nicht mehr weit bis zu Langem Anna, dem Wahrzeichen von Helgoland. Die Nebeninsel Düne ist erst 1721 in einer heftigen Sturmflut entstanden. Vorher war sie noch durch eine feste Landverbindung mit der Hauptinsel von Helgoland verbunden. Der Spaziergang machte hungrig und wir beschlossen essen zu gehen. Das stellte sich als gar nicht so einfach heraus, denn Helgoland wird von zahlreichen Gastverschiffen angelaufen, sodass die Insel und auch die Restaurants total überfüllt waren. Erst nach 17 Uhr, wenn der letzte Ausflugsdampfer die Insel verlassen hat, kehrte eine friedliche Stille ein. Corona-bedingt fanden ja keine größeren Partys statt und so genossen wir diese herrliche Abendstimmung mit einem Glas Wein bewaffnet auf der Mole. Am nächsten Morgen sollte es zeitig losgehen, um ans Festland zu segeln. Und so krabbelten wir voller gesunder Seeluft und Rotwein in unsere Kojen und das kräftige Leuchtfeuer schaukelte uns in den Schlaf. Gegen halb acht hieß es leinlos und bei strahlendem Sonnenschein verließen wir den Südhafen von Helgoland. Gemeinsam mit einer ganzen Armada von Freizeitbooten, die alle Kors Nordseeküste nahmen. Alle wollten das gute Wetterfenster ausnutzen. Es herrschte ein leichter Wind aus westlichen Richtungen, sodass ich schon kurz nach Verlassen des Hafens die Segel setzen und einen Kors nach Wangerooge absetzen konnte. Für die knapp 30 Seemeilen hatte ich großzügig sieben Stunden angesetzt und musste eigentlich nur noch Ausschau halten, um der Berufsschifffahrt nicht ins Gehege zu kommen. Mein Kurs würde mehrere Verkehrswege kreuzen der Schiffe, die in die Jade, Weser oder die Elbe laufen würden. Insofern galt es, umsichtig zu navigieren und Ausschau zu halten. Seeluft und das sanfte Schaukeln machen müde und regten Hilde zu einem Powernap an. Und dann schlief nicht nur Hilde, sondern auch der Wind ein. Und es ging unter der Dieselfock weiter. Wir kreuzten die Route der Berufsschifffahrt und viele große Frachter waren auszumachen. Der AIS-Kollisionsalarm wurde häufiger ausgelöst. Und bei einem besonders großen Pulk von Booten dachte ich nur, mein Gott, wie komme ich da bloß zwischendurch? Es dauerte eine Weile, bis ich realisierte, dass diese Schiffe alle auf Rede lagen, das heißt vor Anker waren. Hilde ist ja nun schon den dritten Sommer mit an Bord und hat inzwischen ihren Bootsführerschein gemacht und es war Zeit für sie, wieder etwas Fahrpraxis zu bekommen. Schon von weit draußen waren der markante Westturm und Wangerooge Leuchtfeuer auszumachen. Meine Turnplanung hatte gestimmt. Gegen 14 Uhr, eine Stunde vor Hochwasser, erreichten wir das Harle-Riff mit ausreichend Wasser unterm Kiel und konnten uns in das Fahrwasser zwischen Wangerooge und Spiekeroog aufmachen. An Steuerbord die ausgedehnte Düne von Spiekeroog, an Backbord Wangerooge und voraus das gut betonnte Hale-Hale-Fahrwasser. Da kann man den Hafen doch gar nicht verfehlen. Auf Wiedersehen. Um 15 Uhr hatten wir bei Hochwasser im Hafen Wangerooge festgemacht. Inzwischen war der Hochsommer eingekehrt und bevor wir die Insel erkunden wollten, hieß es erstmal ab ins erfrischende Nass der warmen Nordsee. Vollgefüllt mit Wasser wirkte das Hafenbecken groß und geräumig, es würde aber bei Eppel noch ganz anders aussehen. Die Befestigung der Sanitäranlagen des Zollamtes und des Hafenmeisters auf so großen Pfählen wiesen darauf hin, dass die Nordsee auch ganz andere Wasserstände mit sich bringen kann. Wangerooge ist eine autofreie Insel und die einzige Verbindung von dem Hafen zu dem Inseldorf Wangerooge bietet die Eisenbahn. Immer dann verkehrt, wenn bei Hochwasser eine Fähre fährt. Natürlich hatten wir nach 7 Stunden Sitzen auf dem Segelboot keine Lust auf die Eisenbahn zu warten. Luftlinien waren es nur 2,5 Kilometer bis zum Dorf, aber wir beschlossen den weiten Fußweg entlang des Westturmes zu nehmen. 5,5 Kilometer Fußmarsch, das war doch ein Klacks für uns und eine kleine Rast zwischendurch mit einem Kaltgetränk war auch noch drin. Wangerooge erwies sich als ein modernes Seebad, voll auf Tourismus eingestellt. Architektonisches gab es nicht zu bewundern, da die Insel im Zweiten Weltkrieg fast vollkommen zerstört wurde. Auf dem Hügel von Café Pudding befand sich früher eine Flakstellung und ein Bunker. Die dienten dazu, um den Kriegshafen von Wilhelmshaven zu beschützen. Das eigentliche Highlight von Drangerooge ist natürlich der kilometerweite Sandstrand, vollkommen Corona und familientauglich. und bei Apple auch noch dreimal so breit wie sonst. In dem ausgedienten alten Leuchtturm befindet sich inzwischen das Inselmuseum. Und wer tatsächlich verliebt genug ist und sich traut, kann sich dort im Standesamt auch trauen lassen. Die kleine Schmalspurbahn wird mit einem wunderschönen Bahnhof an den Fährhafen angebunden. Wir hatten allerdings beschlossen, wieder den Fußweg zurück auf dem Deich zu gehen. Das ist es, was Wangerooge für uns ausmachte. Hier war nichts ungewöhnlich oder spektakulär. Aber es war so viel unberührte Natur und einfach Schönheit, die man genießen musste. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt, dies so in diesem Video rüber zu bringen. Aber wieder einmal war ich vollkommen fasziniert. Die Tiden hatte ich ja schon Tönning kennengelernt. Aber dies hier auf den ostfriesischen Inseln war eine ganz andere Dimension. Der fast trocken fallende Hafen mit der Fahrrinne und das riesenweite Wattgebiet und dann das Glitzern der Sonne auf dem Wasser. Ich war hin und weg. Ohne eine Schleuse fiel auch hier der Hafen bei Ebbe trocken. Und alle Boote sanken an ihren Schwimmpontons runter. Dort, wo ich am Nachmittag noch schwimmen gewesen war, ragte nur eine zweieinhalb Meter hohe Spundwand hoch, die jetzt nicht mehr vom Wasser überspült wurde. Nachts, als wir schliefen, kam dann wieder die Flut und das Hafenbecken füllte sich. Aber bis zum nächsten Morgen war schon wieder Ebbe. Und es bot sich wieder der gleiche fantastische Anblick mit der glitzernden Sonne auf dem Watt und der Nordsee. Wir beschlossen, einen weiteren Tag auf der Insel zu verweilen, mit herrlichen Nichtstun und ausgedehnten Wattwanderungen. Schließlich war Urlaub und wir hatten es nicht eilig. Die Strandidylle täuschte. Wangerooge musste sich immer gegen die Nordsee behaupten. Wie auch die übrigen Inseln der ostfriesischen Inselkette, verlagerte sich Wangerooge im Laufe der Jahrhunderte stetig durch den Einfluss von Wind- und Meeresströmungen. Bedient durch den nach Osten gerichteten Gezeitenstrom kam es zu einer West-Ost-Rift der Insel. Im Westen verlor sie etwa zwei Kilometer an Länge, im Osten nahm sie um vier Kilometer an Länge zu. Ohne aktiven Deichschutz und Befestigungsanlagen wäre die Insel längst in die Jademündung gewandert. In der Sturmflut 1855 zerbrach die Insel in drei Teile und wäre fast aufgegeben worden. Inzwischen schützen ein sechs Meter hoher Deich und unter Naturschutz stehende Dünen die Insel vor weiteren Sturmfluten. Bei Ebbe erwärmte sich das Watt in der strahlenden Sonne und jetzt wo das Wasser zurückkam, wurde es sofort herrlich warm und lud zum Planschen ein. Herz, was begehrst du mehr? Och, ich bin zwar wunschlos glücklich, aber ich wüsste schon noch was. Wie wäre es denn mit einem leckeren Stück Kuchen und einem Kaffee? Also ab über den Deich und das nächste Café aufgesucht. Was für ein faules Leben! Anschließend ging es dann wieder in den nahegelegenen Ort Abendbrot essen. Und dann durch das Wattenmeer zurück. Es war der letzte Abend und am nächsten Morgen wollten wir wieder auslaufen. Auslaufen am nächsten Morgen war natürlich nichts, da er wieder Ebbe war. So beobachtete ich noch den Fähranleger, wo die ganzen Baumaterialien für die Deiche und die Häuser und auch die Lebensmittel angelandet wurden. Zu jeder Insel gehört ein Hafen am Festland. Zu Wangerooge gehört Karolinger Siel. Erst mittags gegen zwölf war genügend Wasser am Hafen, um auslaufen zu können. Hier im Gezeitenrevier lernt man einfach, in der Ruhe liegt die Kraft. Die perfekte Entschleunigung in einer verrückten, sich immer schneller drehenden Arbeitswelt. Hilde stand am Ruder und buxierte uns sicher aus dem kleinen Tidenhafen heraus. Links und rechts konnte man auch die Sandbänke anhand der Strudel und Strömungen erahnen. Das Wasser lief gerade erst auf und es sollte noch einige Stunden bis Hochwasser dauern. Ich wollte durch einen kleinen, trocken fallenden Priel nach Spiekeroog und war gespannt, ob entlang des Prickenweges genug Wasser unterm Kiel der Biedewind sein würde. Wangerooge verlassen, heute ist mal wieder Windstille, es soll nach Spiekeroog gehen und zwar innen herum durch das Muschelfahrwasser oder wie das heißt, alte Hale-Fahrwasser. Noch ist es da erst einen halben Meter tief, insofern stödel ich jetzt hier noch ein bisschen rum und lasse mich gleich mit dem Strom in den Priel bei auflaufendem Wasser einlaufen. Und hoff dann mal, dass ich genau und genau, wenn das Wasser tief genug ist, da dann auch erscheine, sodass wir drüber wegkommen. Dann haben wir irgendwie 30, 40 Zentimeter unterm Kiel, das muss dann lang. Die folgende Insel Spiekeroog stellte sich als landschaftlich besonders reizvoll heraus und auch die Bebauung war noch in ihrem alten Stil erhalten und ein wahres Kleinod. Aber dies alles ist eine andere Geschichte und kommt erst im nächsten Teil meines Reiseberichtes. Sollte dir mein kleines Video gefallen und eine Freude bereitet haben, so schenke mir ein Like. Falls du an den weiteren Abenteuern der Biedewind in der Nordsee interessiert bist, abonniere meinen Kanal, damit du immer rechtzeitig informiert bist, wenn was Neues erscheint.